Musik Schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Wir haben alle Sachen aus fairem Handel. Was ist denn fairer Handel? Wo Menschen einen gerechten Preis für ihre Arbeit bekommen. Die meisten Arbeiter in den Entwicklungsländern werden nämlich ausgebeutet. Heute alles zum Halbpreis und reduziert. Ich gehe zu meiner Welt dann. Ich möchte ein Stück Welt verändern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.